Grundsätzlich guckst du halt immer, dass du am Achspunkt quasi so rumfährst, weißt du? So. Am besten nicht über die Hütchen. Am besten nicht über die Hütchen. Ja. Aber ein bisschen schneller. Noch schneller? Ja, noch schneller. Du fährst hier in Zeitlupentempo. Hab da jetzt kein großes Unterschied gesehen, hab ich gesagt.